Ne, warte, ich muss nur kurz gucken. Okay, Nummer 4. Okay, die haben wir mal. Kommt jetzt der letzte Dreck. Ah, Schuss! Shit. Wenn ich es will. Kann ich jetzt schütteln? Ah, nach zurück! Shit. Stell dich das Ding aus. Bitte, lass mich hier reinkommen. Sag nicht, dass ich das nur von hier aus schalten kann. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Scheiße. Wer sieht mich denn? Wer sieht mich denn? Ach, kommt, lass uns kämpfen. Ja! Mega! Hier wird ein verdammtes Sprün. So. Nein, das darf nicht wahr sein. Wir werden ihn fertig machen. Abgewehrt. Oh, shit. Was für ein Wurf. Der hat einen Applaus verdient. Das war ein geiler Wurf. Das war ein geiler Wurf. Meine Fresse. Was für ein Wurf. Nein. Ich hätte speichern sollen. They don't give a fuck when I'm sneaking around. When I'm sneaking around. A-a-a-a-a-a-a. Hier hat es nichts. Nein, er darf auf keinen Fall rufen. Bring ihn um, bring ihn um, verdammt, ey. Ach, mega. Huga, Huga, äh, wartet, Ratten, Ratten, Rattenverfickte Scheiße. Mehr Ratten. Ha, ja, au. Ja, Fettsack. Mega Scheiße, was läuft. Heute Abend trinke ich auf die guten Leute, die du getötet hast. Ich habe noch gar niemanden getötet, den es dich interessiert. Du verfickter Hurensohn, nein. Jetzt ist Schluss, jetzt. Vorhin war ich nett. Vorhin war ich nett. Jetzt bin ich böse. Ah, 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 nein. Wartet. So, now I don't give a fuck of everything. Ihr wollt mit mir ficken? Okay. Weißt du was? Jetzt im Ghetto habe ich den Ton. Jetzt gebe ich den Ton an, ja. Warmduscher. Ich weiß, dass du hier bist. Ich will dich finden. Scheiße. Der kommt ja schon. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ihr wisst gar nichts. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Geht weg! Weg! Sag ich! Au! Back off! Ach, ist ja. Wow! Das war's mit dir. Das war's mit euch. Lass mich ab. Ach, wenn ihr doch wüsstet, wo ich bin, nicht wahr? Vorsicht überall! Hierher! Irgendwer! Und zittelt ihn! Keine Ahnung! Ich brauche mich ab! Boah man, Leute! Leute von heute! Was geht? Jetzt speichere ich. So, jetzt müssen wir das nie mehr machen. Na, endlich! Uh, und hier hat's gar nichts drin. Ach doch. Kugel. Alles für Kugel. So. Wir gehen besser mal hier unten durch. Hier ist doch niemand. So, einmal gekapert. Zweimal geweint. Also noch mehr von diesen Dingern. Das heißt doch, ich muss diese Stromzeuge abstellen. Hab ich das jetzt gemacht? Zugbrückenscheinwerfer. Ah. Aha, aha. Ah, wartet. Ich muss da kurz was... Der läuft nicht mehr. Der läuft nicht mehr. Wo sind die Gegner? Ich möchte denen gerne was schenken. Hm, etwas von Frankreich. Oh, ich bin ganz schön, ganz schön, ganz schön. Garçon, Garçon. Ah, wartet. Ah, Treppen. Wir rennen, das geht schneller. Und ist geiler. So, noch mehr Treppen. Treppen, 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 Treppen. Hm. Keine Treppen mehr. Was macht man, wenn man keine Treppen mehr hat? Genau. Man wirft einfach mal kurz was Explosives durch die Gegend und sprengt die bei den Zaun. Gut. Das ist ein Easter Egg, falls ihr das nicht wisst. Das hier auch. Diese kann man zerstören. Easter Egg. Alles Easter Egg. Nein. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Psst. Scheiße. Sie kommen. Ihr seid Lügner. Passt auf. Passt auf. Wait. Oh mein Gott. Ich muss klauen. Hier ist er. Verklagen. Halt die Klappe. Oh. Hier. Ja. Arschletzer. Achtung. Boah. Jetzt mach ich einen Weitschuss. Scheiße. Keine Waffen mehr. Granaten. Granaten hab ich noch. No. Wow. Ja. Keine Granaten mehr. Natürlich. Jetzt wo ich sie umbringen kann. Keine Granaten mehr. Das ist der Kopf von Giovanni. Woo. Da geht er hin. Ein Held. Ein Mann. Ein Kopf der keinen Platscher hinterlässt. Wenn man ihn fallen lässt. Jetzt hab ich noch mal eine Frage. Was hab ich denn jetzt hier gerade aktiviert? Ich hab keine Ahnung. Ist mir auch irgendwie egal. Ich muss aber nach oben. Wir müssen da hoch. Wir klettern hier einfach mal unlogisch durch. Machen hier einfach mal. Oh. 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 Shit. Nichts passiert. Sokolov. Brotislava. Grüß Gott. Ich kann kein Russisch, das war jetzt... Oh, wuh! Nein! Nein! Das... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, ich wusste es doch. Ich muss nicht nochmal neu anfangen. Ja, mir geht es schon besser. Du musst nicht so schnaufen. Das ist leid, Mann. Den muss ich schaffen. Aufgepasst. Ah, shit. Viel zu weit. Der Mann, den du getötet hast, war einer meiner Freunde. Uh, das heißt, Toilette. Diesen Spur muss ich schaffen. Das mache ich jetzt so lange. Und wenn das zehn Jahre geht. Okay. Das war ziemlich komisch. Ich bin es. Jonathan. Johannes Stumpf, das bin wohl ich. Hui! Und... Hui! Wisst ihr... Ähm, ich schmeiß ne Granate. Der Körper bleibt ganz. Ich schlitz ihnen auf den Arm, wenn sie am Boden liegen. Der Körper bleibt ganz. Ich... springe von einer unglaublich hohen Höhe... ...nach unten, was eigentlich mich umbringen sollte. Die Leiche wird zerstückelt. Diese Logik verstehe ich nicht ganz. Das macht mich ein bisschen traurig. Denn ihr wisst, ich bin ein großer Freund. Der Alchemie. Der Künstler der dunklen Künste. Oh, was zu... Oh, nein, 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 nein. Da gehen wir nicht hin. Diese... Aids-Ball-schießenden Vaginas. Da gehen wir nicht hin. Nein, 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 nein. Da, nein. Da. Schicht im Schacht. Schacht im Schicht. Schicht die Schicht. Nein. Da mache ich nicht mit. Nee, 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 nee. Ich habe die nicht mal gesehen, dass sie sich bewegt haben. Ich höre einfach nur... ... ... Vagina. Und dann... Und dann ging ich zu Sokolov. Mit Rov-Substration. Ah, warte mal. Kalt-Win-Brücke. Vorhin hat es noch Kalt-Win-Bridge geheißen. Und das Spiel stürzt ab. Oh, verdammt. Was haben wir denn für Zeit? Halb elf. Hm. Tja, da muss ich wohl nochmal durch. Kleinen Moment. Ja. Nein. Ja, komm, das reicht. Ich brauche auch kein Schluss. Ja, ja. Aber es war lustig, ne? Findet ihr auch? Ja, ich glaube, ich finde das schön. Ja, ja. Gebt mir High Five. Gut. Gut, ich esse jetzt noch ein Lecker-Roll. Jam, jam, jam. Hier hört ihr noch die Schachtel, bis ich die zumache. Interessant. Und ja. Man sieht sich. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.